Das Routing ist auch super genial. Ich werde natürlich wieder genau an den Piraten vorbei, der Vollhonk. Naja, wenigstens mit genug Abstand. Wenigstens mit genug Abstand. Ach, ups. Gut, dich raus. 50 wäre nicht schlecht. Dich raus. Dich raus. Dann sagen wir hier nochmal. Bauen was. Schaffen. Dich nochmal. Ich nochmal. 1, 2, 3, 4. Müsst mal. Hier nochmal hin können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. So, kannst du mal hier so ums Eck. Und dann würde ich sagen, wenn es jetzt nicht die optimalste Anordnung ist, eins und zwei. So, dann können wir hier das Werkzeug wieder zurücknehmen, die Steine wieder zurücknehmen. So, wieder nach oben fahren. Also, du kannst jetzt hier mal repariert werden. Und dann schauen wir uns mal das Stoffschiff an. Monique. Okay, Monique. Deine Route ist gerade ein bisschen maltrittiert. Okay, Ingelsstadt und Maritone. Tabak und Alkohol. Das heißt... So. Das heißt... Ich habe ein Schiff, das heißt My Lady of Errors. Und das muss jetzt mal nach Hause. Und wenn es zu Hause seine Waren abgegeben hat, dann wird es die Monique ersetzen. Ah, okay. Also, was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist, wir müssen erstmal unser System stabilisieren. Ich denke, das habe ich schon oft genug durchklingen lassen. So, spiele ich halt. Ich brauche ein stabiles System. Dann werde ich ihn ausmerzen. Ich werde ihn dadurch ausmerzen, dass ich seine Flotte dezimiere und seine Werft kaputt mache. So, dass er auf der Insel gefangen ist. Und im Prinzip auch nichts mehr auf dieser Insel erreichen kann. Aber der Wichser... Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber der hat scheiß viele Schiffe. Der hat echt verdammt viele Schiffe. Es fehlt an Stoffen. Ich weiß es. Daran arbeite ich ja gerade. Oh, Mann. Okay. Also, wenn der jetzt auf die Idee kommt und strategisch fortgeht und ein Krieg mit mir anfängt, dann bin ich weg. Schlicht und ergreifend. So. Die kommen wieder hoch. Die kommen wieder hoch. Ein Schiff wurde repariert. Super. Kannst du jetzt hier hin? Zack. Und zurück. Und dann können wir ja für dich sagen... Go. Und die... Wo ist die Black Molly? Das ist die und die Monique. Mach deine Runde zu Ende. Du kannst weg. So, dann kannst du hier bleiben. Und dich reparieren. So. Und du, du kannst die Steine über Bord werfen. Die sind mir scheißegal. Und dann kann ich dich nehmen und zu dir sagen... So, wir machen jetzt eine Route und zwar hier unten. Dich. Stoffe. Dich. Stoffe. Und dich. Stoffe ausladen. Und... Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. So, wie gesagt, wir müssen den Spass jetzt beobachten, um zu sehen, ob es sich stabilisiert. Ach, übrigens, dieses Schiff, das war ja jetzt die My Lady Arras. Du solltest hier natürlich auch dich mitnehmen. So, das ist gut. Dann, Monique, kannst du da nach oben? Dann würde ich zu dir sagen, wir brauchen ein neues Schiff. Die Stoffe sind immer noch mangelbar, ich weiß es, aber wir brauchen Schiffe. Wenn wir diesen Typ da drüben platt machen können wollen, dann brauchen wir Schiffe. Dann brauchen wir eine gigantische Flotte. Ich weiß gar nicht, übrigens, wie viele Schiffe man haben darf. Ob die begrenzt ist, oder... Ich habe schon länger nicht mehr gespeichert. Gesichert! Okay, Moby. Sollte ich auch ersetzen. Mobys Route ist... Es fehlt an Stoffen. New Iron, Cottonfield, Cathira, Maritone. Okay. Vielleicht machen wir das auch anders. Vielleicht zeigen wir das auch einfach so. So. Zack, zack. Also, das war ja hier. Cathira. Stoffe. 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 Juhu! 50! 50! Das ist ja super. So, Einkaufskosten. Das sind schon nicht wenige. Der hatte gerade 50 Tonnen und schon sind wir auf 36. Meine Fresse, müssen die in Bedarf bedienen. Ah ja, klar, für den Schiffbau brauche ich hier auch noch viel. Werkzeugschmiede Kanon-Gießerei. So, wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach ein bisschen, dass sich mein System ein bisschen stabilisiert. Wie gesagt, die da unten, die können ruhig verrecken und verhungern, das ist mir egal. Das ist einfach nur eine Kolonie. Aber hier hoffe ich jetzt echt einfach, dass ich ein bisschen auf den grünen Zweig mit den Stoffen komme. Aber das soll es mir ja eigentlich tun. So, und dann... ...müsste ich ja meine Kriegsflotte aufbauen können. Wenn mir die Piraten zu sehr auf den Nerv gehen, dann rotte ich sie aus. Das seh ich eigentlich alles nicht ein. ...mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü. ...mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü-mü. So, ich könnte hier jetzt übrigens mal die Straßen aufwerten. So, das mit dem Erz, das ist natürlich immer nur eine Dauer, äh, eine vorübergehende Angelegenheit, weil wir natürlich nur ein beschränktes Erz haben. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Super. Und noch ein Schiff, bitte. So, dann brauche ich doch Kanonen. Zack, zack. Und wieder zurück. Und dann kann man dicht dahin parken. Okay, das mit den Stoffen scheint jetzt zu funktionieren. Das ist gut. Der Alkohol und der Tabak scheinen sich auch langsam zu erholen. Den Einkauf von den Stoffen würde ich dann wegwerfen. Es sei denn, ich habe jetzt quasi die ganze Zeit Stoffe eingekauft und nur deswegen stabilisiert sich das. Aber das ist mir jetzt gerade mal egal. So, wie gesagt, wir haben immer noch keine Strategie für, wie knipse ich den Typ da aus. Der hat mir... Stoffe sind Mangelware. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Schon wieder. Ach da. Ihr dürft's denn ja keine Konkurrenz sein. Äh, keine... Ach, ihr wisst, was ich meine. Apropos. Ob sich das stabilisiert, weiß ich ja gar nicht. Ah, du würdest mir jetzt sagen, die Nahrung geht dir jetzt auch langsam zu Neige. Wisst du was? Ihr könnt mich jetzt alle mal... So, weg. Weg, weg. 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 So, dann hätten wir hier noch eine Rinderform, bitte. Und von mir auch noch. Ob das noch was bringt, wahrscheinlich nicht. So, egal. So, das einzige Wichtige, was ich jetzt beachten muss, ist, stapelt sich hier die Nahrung oder tut sie es nicht. Die Metzger haben wir hier noch zwei, genau. Die können sich gegenseitig helfen. Die Gewürzplantage ist mir eigentlich gerade für egal. Und dann würden wir hier noch mal schauen. Wie gesagt, es geht alles nur um ein stabiles System. Okay, Tonnen Nahrung, Tabak, Alkohol. Stoffe haben sich stabilisiert, das ist sehr gut. Tabak und Alkohol ist immer noch so grenzwertig. Ich hoffe, Nahrung normalisiert sich dann auch. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Jupp. Schön. Dann löscht du doch mal. Meine liebe Feuerwehr. Komm doch mal zum Dingsbums her. Wo ist denn die Feuerwehr? Ah, da. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Feuerwehr? Aber da waren sie schon. Da, 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 da. So, habe ich Erze genug? Ah, geht so. So, wir müssen eigentlich schon mal wieder nach einer alternativen Erzmine schauen. Da ist eine, die ich ja gerade ausbeute. Da ist eine Goldmine. Da ist eine Goldmine. Da oben war doch eine Erzmine, oder? Ja, da war eine. Bis zum nächsten Mal, occurring doom, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.